Es war total klasse, dass ihr jeden Morgen gekommen seid. Wir haben einen Kaffee angefangen zu trinken und dann haben wir geguckt, was muss getan werden und dann sind wir losgeschickt. Ihr habt uns ganz viel erzählt von dem, was euch auch bewegt hat in den letzten Jahren. Ihr habt auch ganz viel erlebt und trotzdem seid ihr jeden Tag fröhlich zu uns gekommen, um uns hier die Schule schön zu machen. Die Kinder waren traurig, dass sie nicht mitmachen durften. Die dürfen später noch etwas machen, aber das Schülerparlament möchte euch jetzt ganz speziell, ganz persönlich Danke sagen. So, schon was du gut bist, machst du schon gut.